Hi Leute, schön, dass ihr dabei seid. Und zwar an einem meiner liebsten Gewässertypen, dem Fluss. Hefe, also einfach Hefe aus dem Kühlregal in einem Fass gären lassen, also fermentieren lassen. Das geht gut ab hier, Freunde. Richtig gut. Da habe ich wieder super Laune. Die Tiefe des Angelplatzes ist einfach in der kalten Jahreszeit ganz entscheidend. Super Köder fürs kalte Wasser. Das heißt, ich habe hier einen linearen Hakeffekt, wenn der Fisch den Köder aufnimmt. Krumm wie ein Flitzebogen. Was ich tatsächlich auch im Fluss abgesenkt habe, auch das geht. Vielleicht. Ich habe es ja noch mit einem vierten Karpfen die Nacht sogar. Wie ich in der kalten Jahreszeit am Fluss vorgehe, das zeige ich dir jetzt in diesem Film. Viel Spaß dabei. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.